Hallo! Bevor das Kapitel beginnt, habe ich ein paar Prä-Kapitel-Worte für euch. Zuerst mal ganz wichtig, in meinem Zimmer ist eine Fliege. Manchmal könnte man sie vielleicht hören. Dann möchte ich ankündigen, das zweite Kapitel von der neuen Geschichte, deren Titel immer noch nicht feststeht. Falls ihr übrigens da irgendwelche Ideen habt, sind die gehört, werden aber wahrscheinlich nicht angenommen, weil ich meinen eigenen Kopf habe, was solche Sachen angeht. Aber vielleicht inspiriert es ja eine andere Idee. Ich weiß aus Erfahrung oder aus der Quelle von Freunden, dass ich, wenn was sowas angeht, weil ich immer nach Vorschlägen frage und sie dann doch nicht annehme. Also wenn ihr enttäuscht werden wollt, dann schlagt mir einen tollen Namen vor. Und genau, ich wollte noch darum bitten, falls euch diese Geschichte hier gefällt, sie geht ja aufs Ende zu, weiterhin der Autorin ein bisschen nettes Feedback direkt auf der Fanfiction-Seite dazulassen. Ich werde die Geschichte nochmal unten verlinken für alle, die das gerne machen wollen. Da gibt es ja jetzt ein bisschen mehr zu sagen, als schon am Anfang bei den ersten Kapiteln. Heißt, wenn ihr da Positives zu sagen habt oder vielleicht auch Negatives, ich denke, dass diese Autorin durchaus Kritik auch verträgt, dann lasst ihr das doch mal in den Kommentaren da. Ich wette, sie freut sich darüber. Gut, dann will ich mich damit jetzt gar nicht weiter aufhalten und fange an mit dem 21. Kapitel. Das da heißt Verloren. Und ich stimme wieder meine dramatische Stimme an, denn es wird zulaufend dramatischer. 21. Kapitel Verloren Ein Geräusch an der Tür ließ Ginny zusammenschrecken. Sie legte das Strickzeug beiseite und lauschte. Es wäre nicht das erste Mal in den letzten zwei Wochen gewesen, dass sie umsonst in den Flur des Landhauses geeilt wäre, nur um festzustellen, dass sie lediglich geglaubt hatte, ein Geräusch gehört zu haben. Ginny wartete und konnte nicht verhindern, dass sie die Luft dabei anhielt und dass sich ihr Puls beschleunigte. Ein Knarren der Flur dielen. Dann öffnete sich tatsächlich die Tür zum Wohnzimmer und Ginny blickte in das ernste Gesicht ihres Mannes. Sie sprang auf. Der gelbe Wollknäuel fiel zusammen mit den Stricknadeln von ihrem Schoß und rollte quer über den Fußboden, während sie Harry förmlich ansprang. Harry! Merlin, sei Dank, es geht dir gut! Sie packte sein Gesicht, zog ihn zu sich herunter und bedeckte jede freie Stelle, die sie erreichen konnte, mit Küssen. Atemlos war sie, als sie sich an seinen Brustkorb presste, auf seinen ruhigen Herzschlag hörte. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Du warst eine Woche wie vom Erdboden verschluckt und dieser Noel Carson. Ich hatte solche Angst, dass ich dich nie wiedersehen würde. Das... Ginny konnte die Tränen nicht zurückhalten. So erleichtert war sie, Harry endlich wieder bei sich zu haben. Zu Hause. Er war zurückgekommen. Zu ihr. Nach so vielen Tagen der Angst, der Einsamkeit, der Wut. Erst jetzt spürte sie, dass sein Körper sich seltsam steif in ihren Armen anfühlte, dass sein Gesicht noch immer ernst war und seine Arme leblos an seiner Seite hinabhängen, statt ihre Umarmung zu erwidern. Etwas stimmte nicht. Sie ließ ihn los und trat ein Stück zurück, betrachtete ihren Mann sorgfältig. Er sah erschöpft aus und dennoch nicht so schlecht wie noch im Hospital. Sein Gesicht war glatt rasiert, seine Kleidung sauber, aber nicht neu. Trotzdem kannte sie weder das schwarze Hemd noch die dunkle Hose, die an Harry etwas zu groß wirkten. Wo bist du gewesen? fragte sie beklommen. Grimald Place, entgegnete er knapp und schob sie ein Stück von sich weg. Was in Merlins Namen hast du da gemacht? war alles, was sie fragen konnte. So wenig Sinn machte seine Antwort für sie. Nachgedacht, sagte Harry bedächtig. Worüber? Über meine Arbeit und über uns war Harrys ruhige Entgegnung. Nüchtern und sachlich, sein Tonfall. Die Bedeutung seiner Worte kroch langsam in Ginys Verstand. Die Angst, die sich ihrer dabei bemächtigte, sie wollte sie nicht fühlen. Sie wollte, dass alles gut würde. Harry war hier, bei ihr. Zu Hause. Das war alles, was zählte, beruhigte sie sich. Wenn sie ihn nicht weiter fragte, wenn sie ihn nicht weiter bedrängte, dann würde, wie sonst auch, alles wieder gut werden. Dann würde es so sein, als wäre das alles nie passiert. Sie wischte sich die feuchten Augen und konzentrierte sich dann auf die dunkle Kleidung an ihrem Mann. Sind das Sirius-Sachen? Harry nickte und suchte ihren Blick. Ginny aber fixierte die schwarzen Knöpfe, die Stickerei am Hemdkragen. Am besten gehst du schon mal nach oben und nimmst dein Bart. Ich bring dir dann frische Sachen. Deine eigenen. Sie zwang sich zu einem Lächeln und strich beinahe erzärtlich über den schwarzen Stoff über seiner Brust. Das hier ist doch viel zu groß für dich. Als sie sich an ihm vorbei durch die Tür schlängeln wollte, hielt er sie an den Schultern fest. Ich habe nicht vor zu bleiben, Ginny, sagte er eindringlich. Alles an ihm wirkte gefasst und entschlossen. Ginny erstarrte. Für einen Moment war es, als hätte jemand die Zeit angehalten. Sie blickte in Harrys Gesicht. Es war ernst. Er meinte es ernst. Nimm ein Bart, Harry. Ich bring dir was zum Anziehen, wiederholte sie ihre Worte und versuchte, sich von ihm loszumachen. Denn dann, wenn sie einfach so tat, als wäre nichts, würde alles... Ich war hier, als du mit Hermine gesprochen hast. Ich habe alles gehört, redete Harry eindringlich auf sie ein. Die Erinnerung an das Gespräch mit Hermine rasten durch Ginny's Kopf. Dann lebe ich lieber eine Lüge, echoten ihre eigenen Worte in ihr, während ein Zittern durch ihren Körper fuhr, das sie schwindelig werden ließ und ihr dann förmlich den Magen umdrehte, so übel wurde ihr. Denn Harry wusste es. Harry kannte die Wahrheit. Deshalb war er an dem Abend, an dem die Sicherheitsleute ihn hier gesehen hatten, fortgegangen. Ohne ein Wort. Deshalb hatte er nachgedacht. Deshalb würde er sich von ihr... Nein! Tränen schossen in Ginny's Augen. Sie unterdrückte ein Schluchzen, zwang sich zu sprechen und dabei zu lächeln. Ein Bart wird dir gut tun. Doch ihre Stimme gehorchte ihr nicht mehr. Hörst du mir überhaupt zu? Harrys Griff um ihre Schultern verstärkte sich. Er schüttelte sie, versuchte ihren Blick in seinen zu zwingen. Du und ich, das... Es ist nicht richtig, sprach er den Gedanken aus, den Ginny all die Jahre aus ihrem eigenen Kopf verbannt hatte, den sie sich selbst verboten hatte zu denken. Harrys, es tut mir... Wir... hörte sie ihre eigene Stimme voller Verzweiflung. Sie wollte ihn umarmen, aber er hielt sie auf Distanz. Und Ginny wusste, dass es zu spät war. Sie kannte Harry. Es würde keinen Unterschied machen. Egal, was sie sagte, was sie tat, es würde vergebens sein. Der Blick in sein Gesicht, in seine Augen, reichte. Sie hatte das schon mal erlebt. Ich liebe dich, stieß sie fast einem Hilferuf gleich aus. Ich liebe dich auch, Ginny. Dich und die Kinder, sagte er nachdrücklich, was für einen Augenblick einen Funken Hoffnung in ihr aufkeimen ließ, nur um gleich wieder zu verlöschen. Aber es ist nicht genug, nicht genug, um aufzugeben, was mir wichtig ist, was ich bin. Ich habe lange gebraucht, bis ich mir dessen bewusst geworden bin, bis ich es verstanden habe. Deshalb bin ich die ganze Zeit nicht nach Hause gekommen. Aber jetzt weiß ich es, Ginny, und es tut mir leid, dass ich es nicht früher verstanden habe, dass ich es überhaupt habe so weit kommen lassen. Mit diesen Worten ließ er sie los. Und obwohl Ginny damit gerechnet hatte, war es ihr, als hätte sie ein fester Schlag in die Magengrube getroffen und geradewegs in die Vergangenheit katapultiert. Damals, als Harry sich von ihr getrennt hatte, bevor er auf die Jagd nach Voldemort's Horkruxen gegangen war. Damals hatte er gesagt, dass er an erster Stelle immer der Auserwählte sein würde, dass seine Aufgabe über allem stand und dass sie in diesem Leben keinen Platz hatte. Sein Blick, seine Körperhaltung, sogar seine Tonlage war die gleiche gewesen. Du musst nichts aufgeben. Solange wir uns nur lieben, ist alles in Ordnung. Wir sind doch glücklich miteinander. Sie schrie fast, aber auch das würde nichts ändern. Sie würde ihn nicht aufhalten. Das wusste sie. Das ist nicht wahr, Ginny, sagte Harry bestimmt, genau wie sie es erwartet hatte. All die Diskussionen, unsere Streits. Immer geht es darum, dass ich zu viel arbeite, dass ich nicht mit den richtigen Leuten arbeite, dass ich zu wenig bei euch bin, dass ich dich und die Kinder vernachlässige, nicht genug liebe. Aber es ist wahr, fiel er hier ins Wort. Ich gebe dir, was ich dir geben kann, aber es wird nie genug sein, es wird dir nie reichen. Mehr als das, was ich dir jetzt gebe, wirst du von mir nicht bekommen. Ich bin nicht der Familienvater oder der Ehemann, der alles für seine Familie und Ehefrau tut. Ich bin Auro, mit ganzem Herzen, mit allem, was ich habe, mit meinem Herzen und meiner Seele. Ganz, verstehst du? Ich tue alles für meinen Job und wenn es darauf ankommt, dann werde ich mich immer für meinen Job entscheiden. So wie in der Lagerhalle, wie im St. Mungus und an all den Abenden und Wochenenden, an denen ich gearbeitet habe, statt bei euch zu sein. Du weißt es und ich weiß, dass du damit nicht leben kannst, nicht glücklich sein, dass du mehr verdient hast. Ginny hätte am liebsten die Hände auf die Ohren gepresst, um zu verhindern, dass seine Worte den Weg in ihren Kopf fanden. Doch sie waren da. Er hatte es ausgesprochen. Die Wahrheit. Es war die Wahrheit. Auch wenn sie diese nicht hören wollte. Auch wenn sie all die Jahre dagegen gekämpft hatte. Wenn wir uns lieben und daran arbeiten, dann wenn wir für unsere Ehe kämpfen, dann versuchte sie die Wahrheit von sich zu schleudern. Versuchte sie das, was sie wusste, vergessen zu machen. All die Jahre. Es hatte auch glückliche Zeiten. gegeben. Sie würden wieder glücklich, wenn sie nur daran glaubten, wenn sie es nur wollten. Das hatte doch bisher funktioniert, wenn sie nur beide dafür kämpfen würden. Ich will nicht kämpfen, Ginny. Ich bin des Kämpfens müde. Harrys Stimme war eindringlich und in seinen Augen lag eine stumme Bitte. All die Jahre wollten alle, dass ich ihre Erwartungen erfülle, ganz gleich, was ich wollte. Dumbledore und der Orden wollten, dass ich der Retter der Zauberwelt bin. Du wolltest den perfekten Ehemann. Aber Ginny, alles, was ich will, ist auch rot zu sein. Das Einzige, was ich schon immer sein wollte, was ich selbst sein will. Du musst das doch auch nicht aufgeben. Du musst nur... Er musste doch nur wollen. Das war doch gar nicht so schwer. Nur wollen. Wenn sie das gekonnt hatte, dann konnte er es doch auch. Es gibt bei dieser Sache keinen nur, Ginny, sagte Harry beinahe schon verzweifelt. Es gibt bloß ein Entweder-Oder. Das weiß ich jetzt. Ich bin nicht der, den du haben willst. Ich kann es nicht sein und ich will es nicht. Ich bin Harry Potter der Auro. So wie ich damals Harry Potter der Auserwählte war. Nur mit dem Unterschied, dass ich mir mein Schicksal diesmal selbst ausgesucht habe. Und ich habe es satt, dir vorzuspielen. Es wäre anders. Ich habe es satt, ein Schauspiel zu leben, bei dem wir uns vormachen, wir werden glücklich. Bei dem wir streiten und am nächsten Tag so tun, als wäre alles in Ordnung. Nur damit wir uns einen Moment gut fühlen können, weil es eben dazu gehört, eine glückliche Familie zu sein. Aber du bist nicht glücklich und ich bin es auch nicht. Nicht wirklich. Weil ich dir nie genüge, so wie ich bin. Unsere Kinder sind nicht glücklich. Ich bin kein guter Vater und alles andere als ein guter Ehemann. Weil es etwas gibt, was ich mehr liebe, als eine Familie zu haben oder verheiratet zu sein. Und das ist, einen guten Job zu machen. Ein Schluchzen krocht Ginny's Kehle hinauf. Ich gehe als Aura jeden Tag Risiken ein, die ich als guter Familienvater nicht eingehen dürfte. Mehr als die meisten anderen meiner Kollegen. Beim Carstenfall habe ich mich in Lebensgefahr gebracht. Ich habe keinen Gedanken dabei an euch verspendet. Deshalb bin ich so gut in dem, was ich tue. Aber ich bringe nicht nur mich in Gefahr, sondern auch andere. Euch. Du weißt, was mit Charisma und ihrer Familie geschehen ist, des Jobs wegen. Und das, was ihr, du und die Kinder von mir dafür bekommt, dass ich euch in solche Gefahr bringe, es reicht einfach nicht. Ich will, dass ihr die Chance habt, glücklich zu sein. Dass du ein Leben führen kannst, wie du es dir wünschst, Ginny. Ein Leben mit einem Mann, der die Prioritäten anders setzt. Wie Bill oder dein Vater. Aber so ein Mann bin ich nicht. Und so ein Mann werde ich niemals sein. Und das tut mir leid. Aber egal, wie sehr ich mich dafür entschuldige, ich werde mich nicht ändern. Ich kann es nicht. Und ich will es nicht. Und deshalb werde ich diese Scharade beenden. Das Leben ist zu kurz, um sich selbst zu belügen. Wir wissen beide, dass es so das Beste ist. Nein, schieß Ginny aus. Ich, du bist einsam. Und ich bin der Grund dafür. Mit mir wirst du niemals glücklich sein. Und ich bin mit dir nicht glücklich. Dich und die Kinder trotzdem an mich zu fesseln, ist nicht fair euch gegenüber. Genauso wenig wie das, was ich mehr als alles andere liebe aufzugeben, aufzugeben, wer ich bin, mir selbst gegenüber nicht fair ist. Wenn ich mich mehr anstrenge, dann in letzter Verzweiflung und doch ohne Nachdruck. Sie schluchzte. Ich habe mich schon vor langer Zeit dafür entschieden, auch zu sein. Mit allen Konsequenzen. Und heute werde ich mich endgültig gegen dieses Leben entscheiden, das nie meines war. Nichts, was du sagst, kann diese Realität ändern, Ginny. Keine Anstrengung der Welt. Heute endet es, sagte er wieder bestimmt. Ich will nicht kämpfen, ich will einfach nur meinen Job machen. Ohne schlechtes Gewissen, ohne zerrissen zu sein, zwischen dem, was du willst und dem, was ich will. ohne mich rechtfertigen zu müssen, weil ich nicht der bin, den du dir wünschst und mich weigere, mich deinet Willen zu ändern oder mir einreden zu müssen, dass das Leben mit dir das ist, was mich glücklich macht. Ginny schlang die Arme um ihren Körper. Sie glaubte, sie würde zerbrechen, auseinanderfallen. Ein Schleier aus Tränen lag vor ihren Augen. Du willst die Scheidung? Stieß sie tonlos aus. Fassungslos. Er nickte. Das, was wir einander geben, es ist einfach nicht genug und es wird nie genug sein. Alles um Ginny herum war dumpf. Sie presste die Hand auf den Mund, schluchzte wieder, weinte. Ich werde jetzt meine Sachen holen und nach Grimmel Place zurückgehen. Er atmete tief durch. Verstehe mich nicht falsch, aber ich möchte... Es wäre mir wohler, wenn du für einige Zeit mit den Kindern zu Gabrielle nach Frankreich gehen würdest. Nur so lange, bis Carsten hinter Schloss und Riegel ist. Bei Flörs Schwester seid ihr sicher. Ich habe alles mit ihr geklärt. Flör würde dich begleiten, wenn du das willst. Und später, wenn es hier wieder sicher ist, du kannst das Haus von mir aus haben. Es ist schon immer mehr deins gewesen als meins, also... Er zog dem mit den Achseln und räusperte sich. Was die Kinder betrifft, ich bin ihr Vater. Das werde ich immer sein und ich will, dass sie einen Platz in meinem Leben haben und ich in ihrem. Genauso wie ich auch für dich da sein möchte. Nicht als Ehemann, sondern als... Ich denke, dass wir das in Ruhe klären müssen. Wenn du... Wenn sich alles beruhigt hat. Wenn es wieder sicher ist. In Ordnung? Ginny konnte nicht sprechen. Sie nickte nur stumm. Dumpf. Gefühllos. Sie sah Harry zu, wie er aus der Tür trat, diese hinter sich schloss. Sie hörte das charakteristische Knarren von der Treppe, die zur oberen Etage führte, wo sich Harrys Zimmer befand. Bei der Vorstellung, wie er seine alten Sachen in seinen alten Schulkoffer hexte und sich dann bei den Kindern verabschieden würde, fiel Ginny schluchzend auf die Knie. Harry verließ sie. Er würde sich von ihr scheinen lassen und neben Schmerz und Wut war da etwas anderes. Etwas, das sich wie eine lang ersehnte Erlösung anfühlte. Es war vorbei, die Einsamkeit, die Stille, die Lügen, der tägliche Kampf. Ginny hatte verloren, aber es war vorbei. Es war endlich vorbei.